So meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky und diesmal befinden wir uns im Vashi-Riako-Schrein. Der ist relativ am Anfang zu finden, das seht ihr hier auf der Karte, nahe am Startgebiet. Und ist auch relativ kurz der Dungeon bzw. Schrein. Den gehen wir jetzt einfach mal zusammen durch. Das erste was ihr macht, ist links auf die Plattform gehen, denn da seht ihr nämlich rechts eine Kiste. Ihr springt, öffnet euren Paraglider und holt euch die Kiste. Hier befindet sich ein Bernstein drin, den braucht ihr natürlich um Geld zu machen. Und dann geht's weiter geradeaus, da sehen wir den nächsten Ventilator, der sich hinter uns befindet. Hier das gleiche Spielchen, ihr springt, öffnet euren Paraglider und seid auf der nächsten Plattform. So, hier ist der nächste Ventilator, hier geht's zwar weiter, aber links kommen wir hier nicht weit und rechts ist einfach eine Ventilator, der uns zurück zum Startgebiet führt im Endeffekt. So, dann benutzen wir hier wieder unseren Paraglider, um auf die andere Seite zu kommen. Nicht vergessen hier viel genug loszulassen, sonst segelt ihr hier dran vorbei. So, damit wäre der Dungeon an sich schon abgeschlossen, aber ihr seht ja, hinter mir ist noch eine Kiste. Und ich bin da einfach rangekommen, indem ich einfach auf diese Lampe hier geklettert bin. Und bin dann entsprechend einfach rüber zur Kiste gesegelt. So. Da ist ein Soldatensweiler drin, das ist eine relativ starke Waffe am Anfang. Würde ich euch raten mitzunehmen, ansonsten das gleiche Spielchen, wie wir gerade eben schon rüber geflogen sind. Und einfach nochmal zurück rennen. Hier wieder den Paraglider öffnen. Das war knapp. Und wir holen uns quasi unser Abzeichen ab. Und hätten den Schrein quasi somit auch geschafft. Ja, ich hoffe ich konnte euch wieder ein kleines bisschen weiterhelfen. Wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Schrein und hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen. Euer Sky. Bis denn. Ciao.